Wir von der Cystelius-Klinik und vom Cystelius-Gesundheitszentrum haben Jutta Böttcher und Mechthild Rexnayuch eingeladen, um wechselseitig weitere Möglichkeiten der Kooperation miteinander auszuloten, unsere Kooperation zu stärken und uns auch gegenseitig in Lernprozessen zu bereichern, wie wir noch mehr Menschen unterstützen können. Wir haben uns einfach gesagt, wir hier von Cystelius, der Gunter Schmidt und ich und die beiden, wir bilden zusammen eine Vierertruppe und versuchen gemeinsam echt mal unsere versiegenden Sichtweisen auszuloten und da glaube ich, dass wir heute so die Basis geschaffen haben, dass es sehr schön weitergehen kann. Ich freue mich einfach über diese Zusammenarbeit mit Cystelius. Wir haben das jetzt auch gerade in den letzten Tagen nochmal ausgelotet. Das, was wir von hochsensible Menschen gelernt haben, ist, dass sie in einem Spannungsverhältnis leben, was manchmal leichter zu ertragen ist und manchmal weniger leicht. Die sollten sich vielleicht einfach mal Zeit nehmen dafür, das auszuloten. Dafür ist das hier nicht nur inhaltlich der beste Ort, sondern auch von der Schönheit des Ortes her. Also da kommt so ein Zauber zusammen, für den ich weiß, dass hochsensible Menschen hochempfänglich sind und der ihnen nützt. Also erstens finde ich es höchst spannend, weil es ein Abenteuerraum ist und weil ich hier auf Menschen treffe, die genau darauf Bock haben. Und ich sehe es so, Aurum Cordis deckt einen bestimmten beraterischen Teil ab, Cystelius deckt diesen langfristigen, notwendigen Prozess ab und ich bin die, die von außen kommen darf und die nicht wichtig ist, aber mit ihren Impulsen so viel Bewegung erzeugen kann und darf, dass das Ganze noch mehr Dynamik bekommt und ich erhoffe mir, dass wir uns in diesem Pioniergeist einfach gegenseitig stützen, stabilisieren und daraus wachsen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.